Und dann, weil ich schon meinen eigenen Van hatte, den Paul, und ihn angefangen habe, mit anderen Menschen zu teilen. Und das war ein T... Das war ein T4. T4? Deswegen eigentlich hätte ich vorhin ein T4 gesagt, das sind immer noch die geilsten. Die robustesten, die geilsten. Die unkaputt waren. Die unkaputt waren. Und so bin ich dann zu Paul Kemper gekommen. Paul Kemper war de facto mein Vehikel, um mich aus meiner Krise zu ziehen, also um mir Bestimmung zu geben. Erklär mal, wie das passiert ist. Also wie kommt man aus der Arbeitslosigkeit raus? Ich habe irgendwie Lust, was mit Kindergärtnern zu machen, weil mir das Sinn gibt, auf einen umgebauten T4 zu... Da ist ein Geschäftsmodell dahinter. Naja, ich habe nicht gesagt, dass ich Lust auf Kindergärtner habe. Ich habe gesagt, ich suche eine Tätigkeit, die aus meiner Sicht sinnstiftend ist. Das Einzige, was da irgendwie sich richtig und gut angefühlt hat, war Kindergärtner. Was ich dann aber eben verworfen habe. Und dann war da erstmal nichts. Gleichzeitig habe ich schon meinen Van mit anderen geteilt, was aus Spaß angefangen hat, aber dann irgendwie schon Arbeit geworden ist. Übergaben, Rücknahmen, Kommunikationen. Und da ist was ganz Spannendes passiert. Nämlich ist es halt Spaß gemacht. Und da habe ich erstmal realisiert, dass das irgendwie vorher nicht so in meinem Gedankengut verankert war, dass Arbeit Spaß machen kann. Und dann bin ich zu einem Design Thinking Workshop zum Hasso-Plattner-Institut. Auch aus reiner Neugier, ohne Erwartung. Und da waren, weiß nicht, circa 30 junge Menschen, die alle die Welt verändern wollten, indem sie unternehmerisch tätig werden. Aber was ihnen allen gefehlt hat, war die Idee. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich ja die Idee eigentlich habe, aber nicht wirklich darüber nachgedacht habe, das unternehmerisch weiter zu verfolgen oder überhaupt erstmal ein Unternehmen draus zu bauen. Das war ganz weit in meinem Hirn oder in meinem Kopf zurückgetrinkt, kam aber dort so ein bisschen zu Tage. Und dann ist was anderes passiert. Das eine ist, ich habe gelernt, alle sind so busy mit ihrer Idee, dass ich eigentlich jetzt meine nicht verstecken muss. Also eigentlich kann ich sie nach außen rausposaunen und gucken, was passiert. Das heißt, ich habe mich geöffnet.